Wenn aus der Partnerschaft eine Familie wird, verändert sich das Leben schlagartig. Alle Familienmitglieder müssen sich neu sortieren. Die Kinder fordern viel Aufmerksamkeit und den Eltern fällt es schwer, alles unter einen Hut zu bekommen. Wir vermischen schnell die einzelnen Aktivitäten. So wird mit dem Kind gespielt und zwischendurch nochmal ihm die Wäsche gemacht. Das Kind spürt, dass Mama oder Papa nicht mit voller Aufmerksamkeit bei ihm sind. Die Eltern haben ein schlechtes Gewissen, da bei ihnen das Gefühl bleibt, den unterschiedlichen Aufgaben nicht gerecht zu werden. CoachMe hilft dir mit einfachen Schritten, die Zeit mit deinen Kindern zu planen. Wir geben dir nützliche Tipps, wie du Aktivitäten abwechslungsreich und kreativ gestalten kannst und erinnern dich an das Geplante. In deinem persönlichen Tagebuch kannst du dir außerdem die schönsten Momente mit deinen Kindern aufbewahren. Probiere es aus! Gib dir selbst mehr Zeit mit deinen Kindern. Lade dir die CoachMe-App auf unsere Webseite www.coachme.mobi Lade dir die CoachMe-App auf unsere Webseite www.coachme.com Lade dir die CoachMe-App auf unsere Webseite www.coachme.com